Oh nein! Warum schläft Mia noch? Wir haben bereits 7.50 Uhr! Ich muss Mia sofort wecken! Mia! Du musst aufstehen! Warum wacht sie denn nicht auf? Mia! Wach auf! Mia! Wach auf! Warum? Was ist los? Du kommst zu spät zur Schule! Steh sofort auf! Ich will aber nicht! Du stehst jetzt sofort auf! Ich fahre dich zur Schule! Ist ja gut, Papa! Kann ich nicht mit dem Bus fahren? Mia! Die Schule beginnt in 5 Minuten! Zieh dich sofort um! Mia! Die Schule beginnt in 5 Minuten! Zieh dich sofort um! Beeil dich! Ich warte draußen! Ich habe keine Lust! Mia! Komm endlich! Wo ist deine Tasche? Wo ist deine Tasche? Die ist noch in meinem Zimmer! Die ist noch in meinem Zimmer! Mia! Du machst mich verrückt! Mia! Du machst mich verrückt! Geh bitte sofort deine Tasche holen! So, wir fahren jetzt los! Ich glaube nicht, dass wir es rechtzeitig schaffen! Mit wem hast du jetzt Unterricht? Mit wem hast du jetzt Unterricht? Wir haben Deutsch mit Herrn Krämer! Wir haben Deutsch mit Herrn Krämer! Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein, die habe ich vergessen! Ich kann es nicht fassen, Mia! Was wird dein Lehrer sagen? Ich weiß es nicht! Er ist sehr streng! Ich weiß es nicht! Er ist sehr streng! Dann wünsche ich dir viel Glück! Es ist deine eigene Schuld! Dann wünsche ich dir viel Glück! Es ist deine eigene Schuld! Das war die Klingel! Geh schnell in dein Klassenzimmer! Das war die Klingel! Geh schnell in dein Klassenzimmer! Bis später, Papa! Ich liebe dich! Bis dann, Schatz! Ich dich auch! Ich kann ihr einfach nicht böse sein! Die anderen sind schon in der Klasse! Die anderen sind schon in der Klasse! Ich sollte mich beeilen! Ich sollte mich beeilen! Hier ist mein Klassenraum! Hoffentlich ist Herr Krämer nicht zu sauer auf mich! Hoffentlich ist Herr Krämer nicht zu sauer auf mich! Herr Krämer nicht zu sauer auf mich! Heurein! Oh! Guten Morgen, Mia! Oh! Guten Morgen, Mia! Guten Morgen! Heurein! Warum bist du zu spät? 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 Ich habe verschlafen! Dann solltest du einen Wecker stellen, Mia! Dann solltest du einen Wecker stellen, Mia! Ja, es tut mir leid, Herr Krämer. Alles klar. Es sollte nicht noch einmal passieren. Setz dich bitte hin. So, liebe Schüler, wir besprechen jetzt eure Hausaufgaben. So, liebe Schüler, wir besprechen jetzt eure Hausaufgaben. Hoffentlich fragt er nicht, wer die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Wer hat die Hausaufgaben nicht gemacht? Ich weiß nicht, ob ich mich melden soll. Ich werde eure Hausaufgaben auch einsammeln. Jetzt habe ich keine andere Wahl mehr. Ich muss mich melden. Mia, hast du etwa die Hausaufgaben nicht gemacht? Ja, ich habe sie vergessen. Du kommst nach der Unterrichtsstunde bitte zu mir. Du kommst nach der Unterrichtsstunde bitte zu mir. Alles klar. Wir machen morgen weiter. Ihr könnt in die Pause gehen. Mia, du kommst bitte zu mir. Mia, das war das dritte Mal, dass du deine Hausaufgaben vergessen hast. Mia, das war das dritte Mal, dass du deine Hausaufgaben vergessen hast. Ja, ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Eine Entschuldigung reicht nicht aus. Du wirst nachsitzen. Du bleibst also heute nach der sechsten Stunde in der Schule. Du wirst nachsitzen. Du bleibst also heute nach der sechsten Stunde in der Schule. Muss das echt sein? Muss das echt sein? Ja, außerdem schreibe ich einen Brief an deine Eltern. Geh jetzt bitte auf den Schulhof. Ich will nicht nachsitzen. Ich will nicht nachsitzen. Ich gehe in die Bibliothek. Das ist unsere Schulbibliothek. Hier lese ich gerne Bücher. Ich muss zurück in die Klasse gehen. Danach muss ich nachsitzen. Bitte schlagt eure Bücher auf Seite 38 auf. Die Schule ist aus. Musst du jetzt nachsitzen, Mia? Die Schule ist aus. Musst du jetzt nachsitzen, Mia? Ja, ich hoffe, dass ich nicht sehr lange bleiben muss. Ja, ich hoffe, dass ich nicht sehr lange bleiben muss. Viel Glück, Mia. Danke. Herr Krämer hat gesagt, ich soll zum Lehrerzimmer kommen. Herr Krämer hat gesagt, ich soll zum Lehrerzimmer kommen. Da ist Herr Krämer. Hallo, Mia. Ich habe eben mit deinem Vater telefoniert. Hallo, Mia. Ich habe eben mit deinem Vater telefoniert. Ich wollte ihm Bescheid geben, dass du nachsitzen musst. Ich wollte ihm Bescheid geben, dass du nachsitzen musst. Wie lange muss ich noch in der Schule bleiben? Wie lange muss ich noch in der Schule bleiben? Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Was ist los? Dein Vater hat mir erklärt, dass du deine Hausaufgaben zu Hause vergessen hast. Du darfst nach Hause gehen. Du bist der beste Papa. Und du bist die beste Tochter der Welt. Klickt jetzt auf dieses Video, um noch mehr Deutsch zu lernen. In der Such compensativen. Ich habe gebeurten, dass du deinem Vater. Geht VAs. Du bist der Schuldig. Seine Eva. Du bist der Schü Burkabachschick.